Ich hab noch mal geklappt. Ich hab noch mal geklappt. Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße! Ich mach mein Gott mal an. Ich mach mein Gott mal an. Komm, schlag mich mal, ich bin schwarz. Ich bin die schwarze Lesbe. Wenn ich kann, aber ich mach's. Ich mach's mal, ich mach's mal. Ja, ich mach's mal. Warte, 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 warte. Ich hab's mal geklappt. Ich glaub, ich hab's mal geklappt. Ich hab's mal geklappt. Oh, fuck, Oxen, ich hab's mal geklappt. Ich hab's mal geklappt. Scheiße, die reden mit uns, ich renne weg. Ich hör nicht mal was. Ich hab's mal bei Julian. Er redet ganz toll an mich, ich hab keine Ahnung, weil's immer mehr will. Aber ich hab' noch in meinem Bauch. Scheiße, du bist ja immer noch dran. Ich hab' noch bei Julian. Mann, hör dich, Mann, hör dich. Ja, ich hab' mir, ich hab' mir! Fuckin' Nigga! Du red' doch auch, ich hab' mit dem Alter. MEDIC! MEDIC! Ta mere es gaye. MEDIC! MEDIC! Was steht da unten? MEDIC! Was steht da unten? Wollt ihr uns beschwören? Warte, ich frag den Übersetzer. Da steht irgendwas mit. Krankenwagenkranke in ein Haus transportiert. MERDE! Das ist ein Deutscher. Jetzt kannst du nicht zuschreißen. Fokussiert ihr beide auf. Achten Sie auf Ambulanz C. Okay, wir müssen auf Ambulanz C achten. Ich hab' ein Loch in meinem Bauch übrigens. Äh, bei mir steht. Not, bitte rufen Sie einen Krankenwagen oder lassen Sie sich transportieren. Ja, wie würdest du einen Krankenwagen rufen? Scheiße! Warte, bei mir ist einer, bei mir ist einer. Fuckin' Nigga. Why don't you revive me? So, äh, wie kann ich den Krankenwagen anrufen? Ich hab' kein Handy. Scheiße, ich bin tot. Ey, wir hätten gerade einen Cheat Engine in so einem Verzackenswerber und schreien da gerne seit Parolen rum. Ambulanz C. 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 Oh mein Gott, das ist ganz französisch. Oh mein Gott. Ha, Julian! Ich seh' deine Arme nicht. Ich schweiße mir auch nicht. Warte! Bin ich da eben bei euch eingestiegen? Ich seh' Nikolas nicht. Julian! Bei mir hast du keine Arme. Ich schweiße mir auch nicht. Ich seh' meinen eigenen Körper nicht. Guck mal, Alter, das Auto ist brandneu. Habe ich mir eben gezogen. Ihr müsst uns jetzt... Ihr müsst uns jetzt... Die Welt nicht schlägt bei mir gerade nicht rein. Gott ist groß! Allah, hu Akbar! Der hört sich ja bei ihrem Spiel einfach ganz anders an. Wollen wir uns hin... Hallo? Hallo? Wir klauen uns den. Wartet auf mich, ich kann nicht aussteigen. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Der ist abgeschlossen. Rückzug. Mal, weil ich schon die Gäste dagegen treten, alle. Ja? Ich bin voll. Wie bist du so verpackt? Wie bist du so verpackt? Julian, du hast es geil. Alter, Merd, übertreib' jetzt mal hier nicht. Ja. Okay, mit der Zeit. Scheiße. Ich verstecke mich im Kofferraum. Ja, ja. Also, wir müssen im Kofferraum verstecken, wenn die Leute wegfahren wollen. Warte. Julian, bei mir lädt die Karte nicht. Ja, bei mir auch. Bei mir klischen immer die Hochhäuser weg. Und das Schlimmste ist, ich sehe mich selber nicht. Moin. Oh, Mann, ist nicht gut. Wo bist du hin? Tom kann ich da ein ins Auto. Hä? Hör auf, du scheiß Nischer. Ich hatte gar nicht gehört. Was ist becken los? MEDIC! MEDIC! Warte, ich habe ich eben dein Auto geklaut. MEDIC! MEDIC! Ich habe einen Porsche Cayman S. Ich bin arbeitslos und allem, Leute. Überfährt einfach jeder, nochmal. Ich schläge gerade nur auf der Straße, kann man sich wieder wieder gehen. Warte, dann geht es? Siehst du mich? Nein, ich sehe dich nicht. Bist du? Da bist du? Du ohne Arme. Das bin ich so scheiße, Alter. Ging ja nichts auf die Reihe. Bei mir sind wir auch durch die Straßen eingegriffen. Alle.